Zu Nio, nach dem Part, wo ich sehr viele Punkte verloren habe, 10.000 ungefähr, hat mich schon ein bisschen geärgert, aber nun gut, wir versuchen es irgendwie, 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 irgendwie zu sammeln, wieder zurück zu sammeln. Mehr XP, 10% Guys, ich habe drei Becher im Besitz, okay. Na gut, versuchen wir es erstmal, einfach so, muss auch gucken wegen der Steuerung, weiß gar nicht genau. 280 hat es mir gegeben, der eine Gegner, im Ernst? Oh, ach da. Echt, ganz schön viel, kann man eigentlich gut farmen. Aber ich check mal meine Waffen. Na gut, so. Bogen haben ja auch nichts besseres. Nö. Okay. Ja. Das können wir uns noch leisten. Vom Gewicht her. So. Okay. 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 Okay Behindert Also der Bogen ist Ziemlich krass Ups Aber hier hinter war doch War hier nicht ein Gegner Da ist er Okay Schauen wir mal weiter Wir werden jetzt ein bisschen umsichtiger Durch die Gegner Rennen Bei 2000 gehe ich auch zurück Obwohl hier ist ja direkt der Fight Sollte ich vielleicht noch ein bisschen Farmen Ein Levelchen Wird mir doch gar nicht schaden Ach das sind Gegner Ja Aber Ja 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 Okay, ich brauche nur noch 10 Pfeile, ich weiß ja nicht. Ah, okay, da wird so ein Zombie-Dude auf mich. Hallo? Oh Leute! Ja! Vergiftet, das ist ein großes Problem. Oh, das Gift zieht mir echt viel ab. Ohne Witz. Ich versuche hier aber noch ein bisschen zu farmen. So. Ich habe ja eigentlich schon genug. Ich glaube, das reicht für ein Level-Up. Ich hätte vorher vielleicht schauen sollen. Ich nehme mir hier aber noch zwei Gegner mit. Die hier. Nicht vergiftet? Ja. Das ist natürlich kacke. Ja. 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 Jetzt geh ich zurück. So weit, wie man halt... Oh Gott. Komm ich denn jetzt hier wieder hoch? Hier sind noch Münzen. Ich muss in eins der Gebäude hier. Oh. Was geizen wir hier so rum? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Jetzt können wir hier wieder raus und dieses Gebäude hat eine Leiter, dann gehen wir mal zurück zum Schreien, leveln, leveln eben schnell. Die Grafik macht es einem aber auch ein bisschen schwer hier. Ja, hier ist schon richtig. Jo, Stufenaufstieg, wie viel brauche ich? 2300, das ist ganz gut. So, Stufenaufstieg. So, jetzt geht's ja jetzt mal etwas Hicke. So, 2500 oder so stand da. Das ist eigentlich auch machbar. Absolut. Ich weiß nicht, mach ich das jetzt noch? 1500 dazu sammeln ist ja eigentlich nicht das Problem. Vor allem, weil die hier extremst viel Zeug geben. Na, jetzt muss ich's ja sowieso. So, jetzt brauche ich noch einen 1000er. Das ist eigentlich ganz gut machbar, aber meine Waffe ist kaputt. Kack. Keine Haltbarkeit mehr. Scheiße. Und jetzt halbiert, okay. Das ist halt auch kaputt. Nee. Das ist von Natur aus einfach schwächer. Okay. Kack. Das ist halt auch kaputt. Okay. Das war jetzt schon ein bisschen... ...ein bisschen stark schwächer. Ich könnte es reparieren. Das wäre gar nicht mal das Problem. So, ähm, machen wir das auch mal. Gegenstände. 500, 1500. Eigentlich kann ich das auch einsetzen, aber hier wird Steine benutzen. Jetzt ist mein Schwert wieder okay. Ja, es nutzt sich halt extremst schnell ab. Zehn Pfeile. Na gut. Der kommt gleich hier hoch. Kann ich den einfach wegschnetzeln. So, jetzt brauche ich 500. 500 brauche ich wohl noch. Hier unten ist ein... ...Zombie-Dude. Ja, ein bisschen off-leveln muss auch sein. Hm. Nein! Aha! Hallo! Nein! Unde, jetzt? Nein! MARC! Jawolle! Jawolle... Das war's. so ich hab genug dann gehen wir auch direkt wieder zurück so ich schau mal auf die uhr in diesem part haben wir eigentlich nur gelevelt ja dann können wir noch ein bisschen ups können wir noch ein bisschen dann spielen wir noch ein weilchen also ich finde die das macht mir manchmal ein bisschen kopfschmerzen die fps grafik ist ok gibt besseres gibt schlimmeres aber das macht mir teilweise kopfschmerzen jetzt wollte ich das noch mal so man muss er 1 drücken ist der key impuls damit holt man sich ausdauer wieder zurück während der zeit wo die leiste hier so weiß ist das weiße kann man sich dann wiederholen das muss man halt nur dran denken so jetzt wo ich frisch aufgelevelt habe kann ich eigentlich ja ein bisschen lobe so jetzt versuche ich den boss mal wenn mich jetzt gleich keiner dran hindert bevor ich auch schon wieder so viel okay die muss ich noch erledigen die bogenschützen zuerst und dann sein kumpel das ding ist ich muss hier die gegend klären ohne witz das ist sonst falle ich gleich runter und dann ist problematisch so jetzt möchte ich in der hohen stance ich bin schon mal oh shit ich bin ins falsche gebiet runtergefallen oh shit boah sackkasse okay ja wo ist denn ich hätte die wechseln sollen danach obwohl die gar nicht so schlimm ist die bisschen behäbiger aber es ist natürlich jetzt blöd dass ich schon so viel leben verloren habe meine seelen sind auch auf der anderen seite aber das ist halb so schlimm ach kacke mein mein ding ist ja auch scheiße mein mein schutzgeist ist natürlich nicht da so ein paar pfeile eingesammelt das kannst du ja wieder versuchen das hat mir halt ein tausender abgezogen so jetzt versuche ich es aber mal mit einem anderen obwohl es eigentlich schon am besten ist kann ich gar nicht richtig benutzen ach so ok schutzgeist geister schutzfeindradar leben 100 leben ist natürlich auch nice muss ich den geist halt ein bisschen na gut machen wir erstmal wie heißt mit der leiste erstmal voll so ich möchte diese leiste da erstmal voll kriegen so 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 Der Leiste ist aber auch nur zur Hälfte gefüllt. Ich würde gerne meinen Dude herbeirufen. Machen wir das so. Das ist nur eine. Okay, Leiste ist fast voll. Und wenn wir schon dabei sind, dann... ...dass man sich nicht mehr so. So, aber wenn wir eh schon so angeschlagen sind, dann können wir auch hier die Level eben zu Ende fahren. So, jetzt brauche ich nur noch, ich weiß nicht wie viel, 2500? Oh shit. Zur Not haben wir ja noch. Ja, aber ich will ja eh zurück nach dem hier. Ja, 2700 sind auf jeden Fall genug. Ich level vielleicht sogar zwei, indem ich alles hier verkaufe. Und ich habe ja noch diese Geistersteine und so. Dann habe ich erstmal ein bisschen gelevelt. Ich brauche meinen Geist voll gerade. Also muss ich es möglichst unbeschadet bis zu dem Boss hier schaffen. Und dann meinen Geist aktivieren. Und dann fick ich ihn. Ja. So sieht mein Plan aus. Ja, perfekt. So, 3000 kriege ich zusammen? Ich glaube nicht. Deswegen lassen wir das erstmal. Dann kämpfen wir uns hier. So, möglichst unbeschadet. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Na gut, einen Pot können wir nehmen. Oh, wir haben, wir haben lila Schwert. Ein Schwert ist ja auch schon mittlerweile wieder kaputt. Hm. Ist natürlich alles ein bisschen. Oh Mann, ey. Ich rüste das einfach erstmal aus und dann schauen wir weiter. Das ist ein extrem schlechter Run. Aber nun gut. Vielleicht ist dieses Erd-Elementar ja gar nicht mal so schlecht. Ups, und mein Handy klingelt.